Willkommen meine lieben Damen und Herren zurück bei Tigersteel Also heute spielen wir Dust, an Elysian Tale Also ich habe mal einfach mal im Playstation Store nach ein paar Indiespielen gesucht Und habe mal das hier beim Kollegen gefunden, beim Dario Und habe es ehrlich gesagt noch nie gespielt Ja schwierig, nennen wir immer schwierig, oder? Ja Unsere Welt hat fallen zu Fade Its great works long since complete Its storied civilizations long since fallen to dust The greatest legends of Elysium Long since forgotten What was once a land of promise Has fallen to the ravages of war And it was in this Our most desperate hour That the greatest of Elysian tales began The lone warrior stood against an army Slashing his way through all who opposed him The mob stood no chance And the soldier showed no mercy Wow Ganz geil Ganz geil Ganz geil Ganz geil Das sah cool aus Das sah cool aus Come on Dust Nimm dein Schwert in die Oh Sieht ja richtig cool aus A talking sword What are you? Den du gerufen hast Only that Which you have summoned Summoned? How? For what purpose? That I do not know But we shall learn Now rise And claim the blade of Ara Nimm die Klinge von Ara Und steh auf Dust Keuch Keuch Stop Stop right there And who is she? Me? I'm Fidget Guardian of the sword Ehm du siehst mich nicht als wie eine Hüterin Dein Name ist Fidget Was ist eigentlich Was ist das eigentlich für ein Schwert? Hört mir leid ich hab jetzt nicht drin mit Man sagst du Dein Name ist Fidget Hey Hey This is not about me You're the one who's got my sword How about you? Tell me you're me I'm Ey ähm Ich muss dir meinen Namen gar nicht zeigen Call him yourself Fidget His name is Dust And he is the one who woke me from my slumber Fidget Fidget That's me And you're Dust? Was ist das eigentlich für ein Schwert? Das will ich wissen Was ist das eigentlich für ein Schwert? Was ist das Sword? Von Aura Und du Dust bist mein rechtmässiger Träger So ist das Yes Well That's all great and everything But I think it's about time I got this sword back to us Die animation an den Flügel Das sieht wirklich Cool aus I can't let you just leave with this sword Fidget Right now It's the only thing that knows who I am I don't even know how I got here Hm Well Then you leave him no way I I challenge you The winner gets the sword I don't have time for these games Fidget Das sieht auch ganz cool aus Indeed Time is of the essence Fidget Fidget You will join us M Oh well Oh well Okay then Come Dust We travel east Das sieht ganz geil aus Und Mit X springt man Mit Fiereck Atocken Mit Dreieck Wie im Dalmy Cry Genau Einmal Fiereck Und dann Dreieck Dann macht er so einen Schwert 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 Okay Die Emotionen in diesem Spiel gefallen mir Oh Sogar in der Luft eh Das wird nur noch der Doppelsprung Das wird nur noch der Doppelsprung Oh das sieht ganz geil aus man Ich liebe Hackensley Ich liebe Hackensley Ich liebe Hackensley Was war das jetzt? Ich liebe Hackensley Ich liebe Hackensley Ich liebe Hackensley Und jetzt So Die Emotionen sind hier wirklich voll Yummy Oh ist es nur für eine Truhe Schlag sie auf Oh yes, yes, yes ein schlüssel das geheimnisvolles wandhuhn schlüsse braucht man hier ist eine das sieht so geil aus die mitte die farben das schwert bambi ist auch hier im spiel ich habe gelernt wie man götter zerschmettert wo wo ja 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 und mit dir die kraft die sie in sich trägt kann gut möglich sein es ist es ist dass ich wachsen von meinem slum für solche wöchsten es ist ein wohnen diese wohnen vielleicht finden es wird in die wohnen 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 sagt du wohnen Lalalalalalalalalalalalala Was ist das? Nein, wir brauchen einen Sparrowing, wir brauchen die Festzeitbrücke und spielen... Ah, ja... Cool! Q-L... Q-U-L er muss sich durch hey bambi kommt hier ihr fahrzeug keine chance gegen mich dum 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 so kind of stay in my chair da 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 Damn, damn, damn! Damn, damn! Damn, damn! F**k toshin's kniii! E'pastada! Damn, damn, damn! Whoa, what's going on does this? Damn, damn, damn! Damn, damn, damn! Damn, 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 damn! Öh, ne kleine Hose! Oh! Wie, wie herzlich! Oh! Könnten wir hier nach unten? Oder so? Nein! Wow! Was war das jetzt? Du hast eine neue Fertigstellung freigeschaltet. Das Staubsturm. Den Staubsturm hast du freigeschaltet. Okay, das Staubsturm, das klingt doch mal sehr monströs. Was? Wie mache ich das? Oh, I like it too. Hold the secondary attack to perform the dust storm. But beware, skilled as you may be, cannot maintain the storm for long without hurting yourself. In that case, maybe I can help. If you press the super ballistic fidget action button of power, you perform an attack so spectacularly awesome, that it will produce emotions you didn't even know existed. Hey, das Spiel ist der. Please contain yourself, as I demonstrate. Und jetzt? That was, uh, very pretty. Hm, well, maybe I'll just keep the rest of my repertoire. Ja, er macht das. I'm sorry, Fidget. I'm sure it'll come in handy somehow. Actually dust. Ja, ja, okay. Aha, aha, aha. Das sah wie im Babyfoodshaus. The dust storm can manipulate Fidget's projectile into a more powerful attack. Observe. Whoa, 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 whoa gequatscht ok starbsturm lange kurzfristig ist der starbsturm etwas ordentlich heftiges langfristig wenn ich anfangen rot zu leuchten so wie ihr es bei mir sehen könnt so gut so kommt jetzt komm jetzt 250 kombo speichern ich will speichern ich will speichern da 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 ja da 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 monster sind sogar einfach so die monsters in den mieter an ok Oh, ich habe es zerbrochen. Oh, du hundest du, du hundest du. Da, komm jetzt. So. Hey, du hast nur Level-Up. Ist das was ich gemacht habe? Es fühlt sich gut, sogar großartig. Und wie es sollte, du brauchst einen Skill-Gem. Du hast den Charakter-Bildschirm, um noch mächtiger zu werden. Okay, um noch mächtiger zu werden. Okay, jetzt habe ich übrige Steine, einen. Okay, er hat maximal Gesundheit, er hat das Leben. Die, was er angewiesen hat, bestimmt wie viel Schaden. Du im Nahkampf bewirken kannst. Oh, nein, nein, ohne... Oh, ma, wie... Oh, ma, wie, wer ist denn? Dankeschön. Ich habe hier keine Verteidigung. Yes. So. Die Verteidigung ist die beste Angriff. Das Spiel ist ja der Hammer, ey. Wow, man, das Spiel ist ja der Hammer, ey. Oh, okay, okay, tut mir leid. Ja, das war doch jetzt eine peinliche Situation. Ach so, ich war ja nicht. Was ist das? Ja, 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 aha, hm, 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 upgrade, yes. So, die, insman zusammen, tack, 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 tack. Ah, hier sind die Bastarde. Die Minzen einsammeln, oh, was habe ich bekommen? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Oh, wow 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 wow. das spiel ist sogar spiel ist sogar ich war war was ist hier los ja es ist wirklich wunderbar ja hast du eine idee wo wir sind hier ich hatte gehofft dass wir so viel leicht von mir sagen auch wie dumm von mir ich muss meine ganzen detaillierten karten navigationsgeräte bei der jagt nach einem flicken jahrfeld lorden haben tut mir leid dass du mit reingezogen wurdest das solltest dir auch halt und einfach so mein schwer zu klauen und mich in schwerkeiten zu bringen weisst du was wenn ich genauer drüber nachdenken habe ich diese ansicht schon mal gesehen ich war schon mal an diesem modum ging zwar genau hier dann erkennst du ja vielleicht das do vom fuss der klippen es ist von uns ist es schwer zu sehen wir müssen uns ein bisschen näher zu kommen sehr gut nehmen nur den weg der richtige scheinst du ja erst mal hier speichern auch bin ich schon tot okay du bist gefickt du bist gefickt aber so richtig du bist doch verbluten